Hey Freunde, willkommen zum heutigen Test. Heute ist die Goldmarie dran von Argento. Wir haben hier einen ähnlichen oder beziehungsweise gleichen Aufbau wie der Iale Drache. Die Daten stimmen alle überein. Wir haben 210,5 Gramm NEM, 24 Sekunden Effektdauer, 25 Meter Effekthöhe, 25 Schuss und Kaliber 20 Millimeter. Auch diese Batterie ist in F2 eingestuft und hat natürlich eine Reservelunte und eine normale. Preislich 9,95 wie auch der Iale Drache. Und auch hier wieder Hersteller ist natürlich Funke Fireworks. Argento gehört zu Funke. Also, dann würde ich mal sagen, gehen wir gleich mal raus. Ich habe mir jetzt noch nicht angeguckt, was die Batterie für Effekte hat. Ich lasse mich da auch immer ein bisschen überraschen. Und deswegen würde ich mal sagen, sehen wir uns gleich draußen zur Zündung. Meine Hände sind ab. Jetzt kommt die Goldmarie dran für euch. Wer den Iale Drachen sehen möchte, lasst schon mal ein Abo da. Dann verpasst ihr den Iale Drachen nicht. Das ist aber erstmal Goldmarie hier mehr. Wow, also für 10 Euro. Gar nicht mal so schlecht. Also ich würde es nur empfehlen, also Freunde, Goldmarie Empfehlung.